er wird daran wieder hier heute mit einem Video von Far Cry 5 mit meiner Freundin die gerade neben mir liegt also nix denken wenn ich jetzt mit irgendjemandem rede die liegt neben mir ich rede mit der hin und wieder ja und wir werden jetzt und es geht jetzt habe ich hier keine muni das ist jetzt nicht so gut habe ich drauf wir machen das jetzt mal ganz radikal ja kopfschuss super oder kuka da kommt doch ein baum kann man aber schon noch durchschießen oder so tot soll ich hier mal voll rein wer sie oder befreien 6.000 bankzentrum außenposten den werden wir jetzt mal auf die schnelle einnehmen lange wir brauchen zuerst da da ist auch einer so muss ich mich mal kurz ein bisschen wiederbeleben hier boah komm alter was ist hier los ist hier ein Viech ist hier was wo habe ich jetzt neu ist jetzt zu schön gewesen geht doch weg da wenn der mongo hier nicht weg geht also die 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 pump kann dies einfach op er ist er halt tot alter die die marder ich nieder wie keine ahnung was kommt zu mir kommt zu mir wo sind die doch abendselig wenn nicht kommen wo die sind jetzt ein bisschen besser ausgestattet das habe ich jetzt wohl ein bisschen übersehen nachladen ist dann heli das ist ein gegnerischer jetzt ist es meiner so next one kommen her zu mir den habe ich jetzt voll übersehen niedergeboxt fangzentrum befreit perfekt fang center ja wohl wir haben den Sekten außenposten ein genommen das heißt hier gibt es Waffen was denn soja jetzt haben wir die richtige pistole die mussten schalldämpfer haben denn ohne schalldämpfer werde ich bekloppt hier so der hubschrauber steht nicht mehr da ist eh klar wo ist mein kumpel jetzt meine kumpel blase so wenn wir schon dabei sind machen wir gleich noch einen ranger station ich würde sagen wenn ich jetzt quer fällt ein ne ich fahre mit dem auto so wie mache ich noch weil nur eine einen außenposten ist ja langweilig komm ja ja der läuft schon nach ist ja karl da muss ich was zerstören cool das mache ich jetzt auch schnell jetzt bräuchte ich einen kleinen kanatwerfer krägter tot boah fuck das habe ich jetzt wieder mal übersehen zu viele zu viele weg 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 wo sind die einmal habe ich brandmoni drinnen ja ich habe brandmoni geil ha ha verbrennen so leute einmal eine fern gezündete ladung was war das jetzt direkt da okay tschüss der silber schuld sag mal kann der nicht explodieren das kann ja nicht wahr sein der warum geht das teil nicht drauf okay mir egal soll es am leben bleiben was bist du für eine ja komm bist doch nicht ganz fit ja okay dann hau ab mit meinem auto so egal für uns geht es weiter zum nächsten außenposten das ist irgendwie ein bisschen wie die walking dead like ich fahre irgendwie voll doch die pampa durch zu einem außenposten den ich irgendwie über renne die sniper hätte ich mir entpacken können okay den werden wir uns jetzt holen die range stationen jetzt fängt er auch schon an pump kann so wie ich so passt dann nehme ich mir mal ich glaube ich brauche sie nicht zu plündern weil die haben nur bullshit mit wo seid ihr mongos einmal die piste ließ so geil die 1911 also die gefällt mir echt gut aber die 44er magnum die ist auch echt geil aber die habe ich noch nicht freigeschaltet so du misstviech so wo seid ihr penner also wo sind die hier ist doch kein einziger ne nicht ernsthaft jetzt ja ist klar alter guck dir den an kommt er mit mg rüber und ich mit der pumpkin ne ok ja das habe ich jetzt echt verkackt leckt immer zu mir so nochmal das ganze dieses mal ok das sind eigentlich nur zwei alarm säulen oder wie sagt man da ja die halt alarm auslösen hier das heißt ich rush jetzt hier durch nenn ich der schon ja ich ja ich ja aber ich hab's echt sagst du lol so jetzt mach ich die volle kanne fertig diese bastarde tut mir leid aber die piste ließ einfach so geil ich mag die bei reicht Holden weg 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 g ja der hackt mich nieder takedown alter geil es kann auch nicht so schwer sein so einen posten einnehmen oder so eine ranger station zweimal verreckt jetzt ne ne ich hab schon so die schnauze voll hier so ok jetzt mache ich nicht mehr so schnell jetzt mache ich es langsam aber ich habe keine sniper mit ja die ist einfach voll op ich habe mich das ist wie ich schon wieder und dann einfach abhauen kommt er schon wieder ich habe ich habe ja nicht mal mg komm zu mir komm ja komm der ist tot perfekt wir haben den alarm gehört hilf ist unter mich da oben ist er gesundheit gesundheit schaut euch mal die reichweite von diese punkern boah ne 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 macht das nicht ja kaum altes kann doch nicht wahr sein jetzt verreck ich dreimal an eine ranger station dreimal ja ich hole mir einen anderen ja das ist wahrscheinlich 15 nicht ja ich hab jetzt keinen hunger mehr so jetzt probiere ich noch ein viertes mal kann ja nicht so schwarz so schwer sein so steht da genau dieses auto wieder vor diesem alarm posten hier notrufsäule da ist einer jetzt weg mit diesen dingen die regen mich auf so andere taktik kaputt machen hoch auf dem berg und von oben alles nieder machen ja der märz hat wieder alles nieder hier boah sniper hauptsache da ist ein sniper auf dem dach das muss immer sein kommt da eh keiner hoch wo seid ihr jetzt jetzt gehe ich hier aufs dach das ist auch keine doofe idee jetzt schaffe ich es auch jetzt bekommen die keine hilfe mehr die idioten kopf jawoll jetzt beim vierten mal das sind eh nur ein paar leute gewesen box mit decke so endlich das kann ja nicht so schwer sein jawoll jetzt habe ich es eingenommen ja leute ich sage danke fürs zusehen jetzt habe ich endlich meine zwei außenposten mehr oder weniger eingenommen einmal gestorben an so einer einzigen oder winzigen herausforderung ja egal wenn es euch gefallen hat lasst mir ein like oder ein abo da würde mich freuen und ich sage bis zum nächsten mal euer mr bergwetteran tschüss 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 bis zum nächsten mal euer mr bergwetteran tschüss